Der 9. Dezember. Heute habe ich im Adventskalender einmal die Vorbereitung der Wagen vor der Fahrt nach Neuwerk. Die Wagen stehen bereit, werden gerade noch ein bisschen zusammengezogen, näher aneinander gebracht. Die Taue werden gedehnt, damit auch alles wirklich sicher ist, wenn es in ca. einer Stunde losgeht. Moment, hier ist noch ablaufendes Wasser. Das Wasser hat sich schon zurückgezogen zum Großteil auf der Seite hier Richtung Döse. Aber wenn wir mal rüber gucken, also Richtung Saalburg und Neuwerk, sehen wir, dass da noch echt einiges ist. Und deswegen geht es halt erst in ca. einer Stunde los. Wenn du jetzt irgendwie gerade erst auf den Adventskalender gestoßen bist, dann abonniere doch den Kanal, weil ich einfach, ja, für die nächsten Tage auf jeden Fall bis zum 24. Dezember täglich ein Video für den Adventskalender jetzt gemacht habe. Oder sehr wahrscheinlich auch für danach, zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme hier im Juli, bin ich noch nicht so weit. Aber das wird sehr wahrscheinlich dann so sein. Hatte ich damals beim letzten Adventskalender nämlich auch, dass der irgendwie bis zum 5. Januar oder so ähnlich ging. Okay, also mit diesem Eindruck hier wünsche ich dir einen schönen Tag und sage bis morgen.